so auf ein neues jetzt habe ich mir so genannte wikinger schatzmünzen gekauft 17 millimeter im durchmesser farbe silber antik und es waren 30 stück mit versandt für ungefähr 26 91 euro im grunde ein euro pro münze aber sie sehen echt sehr gut aus und warum habe ich es mir gekauft weil ich für brett spiele dann doch gern mit authentischerem material spiele jetzt zeige ich sie euch mal dann schauen wir mal die kurzen sind dabei sind immer ein gutes zeichen ja schön sehr sehr geil so vom geräusch her sie haben gutes gewicht schauen sehr schön aus doch gefallen mir sehr gut super schön was ich ganz vergessen habe in dem kuvert waren noch drei kleine münzen drin versteckt total nett und ja das freut mich jetzt wirklich auch sehr drei stück mit einem anderen muster auch sehr schön doch sehr sehr nett cool saugeil so 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 so